guten morgen du naturmensch jetzt bin ich voll mitten im wald hier in essen und was esse ich eine orange von jurassic fruit ja ist halt so habe ich habe ich halt gekriegt und dann esse ich die auch mitten im wald wenn ich gleich eine gebunden finde esse ich die noch hinterher es wird immer weniger es gibt immer noch welche orangen von jurassic fruit los los an die ran an die tassen und bestellen denke an den kohl da die ja nicht gespritzt sind kann ich die auch so zwischendurch einfach vierteln und dann in den mund nehmen ohne angst haben zu müssen dass da irgendwelche pestizide dran sind versteht ihr natürlich esse ich die schale nicht wirklich mit aber hätte ich jetzt eine küche und mein dörgerät dann würde ich diese schalen trocknen und hinterher malen und hätte ich orangen schalen pulver nur als tipp lasst es euch schmecken schmeckt mit einem bald in essen